Stürmische Zeiten über Berlingen in der Vulkaneifel hier. Wir kommen jetzt gerade von Pelm aus nach Berlingen und es schneit und schneit und ist wirklich sehr kalt. Aber da von hinten der Schnee kommt, ist alles noch okay. Man kann es aushalten, bis auf meine Finger, die werden langsam kalt. Ja, ich wünsche allen eine schöne Zeit und viele liebe Grüße aus der Vulkaneifel, meine lieben Freunde.